Musik Musik Beziehungsweise Nummer 1, die Delta Alpha Kivik Uniform India, die Traditionsmaschine der deutschen Lufthansa. Einfach eine tolle Sache, wenn solche Flugzeuge nicht in irgendwelchen Museen verstauben, sondern hier auf Flugtagen präsentiert werden. Die Traditionsmaschine Delta Charlie Delta Lima Hotel mit dem offiziellen Kennzeichen und das Traditionskennzeichen in großen Lettern auf dem Bauch und dem Flügel. Und da ist er, U52 Solo Display. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das sind eine ganz 45 Grad Regenlage. Sportliches Flüchtlinge. Ich denke, da sitzt ein Mann der Besatzung und ist kräftig am Arbeiten. Uwe Carsten Bardo, Thomas Freimeyer und Wolfgang Bendig, die dort zu dritt an allen Hebeln ziehen, drücken, reißen, um die U in diesem Solo Display mal anders zu bewegen, als wir sonst kennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist eine wahre Freude sein, die 052 hier zu bewegen, wie ein Leicht... Das ist eine wahre Freude sein, wie ein Leicht...